Hallo Leute, ja wir sind in unserer Hütte und wollten an der Werkbank mal gucken, was wir aus unseren Sachen, die wir jetzt haben, machen können. Aber wir können ja eigentlich nichts machen, weil hier müssen wir irgendwie schmelzen und einen Schmelzofen machen wir noch nicht. Aber wir können mal gucken, also reparieren können wir nichts, können wir was aufwerten ist dann die Frage. Aber wir machen das alles nach dem Intro. Bis gleich. Ja, aufwerten geht. Lederhosen und Lederhelm können wir aufwerten. Wir haben das jetzt jeweils auf 1 und können das auf 2 bringen dann wohl. Werten das. Aufwerten. Hose und Lederhelm auch aufwerten. Und auch wieder anziehen. Wunderbar. Gut, dann haben wir das getan. Allerdings Feuersteinsperr, Holz, da reißt es durch. Können wir hier noch was machen? Gibt es was Neues? Eine Fackel, Feuersteinsperr, Hirsch, Sprecher, Holz, Knochen, Turmschild, Feuersteinmesser mit Sommerkrone. Gab es die schon immer? Feiere den Sommer mit einem aus Blumen geflochtenen Krone. Nee, Rüstung 1. Okay, könnte man bauen. Da bräuchten wir aber 10 Löwenzahlen, die haben wir nicht. Ausbaustufe 1. Gut, also da ist jetzt leider nix bei. Was wir dann noch machen können, wir können mal gerade schauen, ob wir unseren Hammer haben. Und den, nee, das war nicht der Hammer, der ist auf 4. Und dann rechts klicken und schauen, ob wir hier noch was basteln können. Das haben wir alles. Okay, bauen ist klar, da kann man ganz viel wahrscheinlich. Und Möbel. Oh, wir können den Hirschläuber machen. Das ist ein Deko-Element wahrscheinlich nur, oder? Aber haben oder nicht haben, das ist doch auch schön, ne? Geht so dahin. Okay, dann haben wir das erledigt. Jetzt kriegen wir, wenn wir aus dem Bett kommen, keine kalten Füße mehr. Und wenn wir vom Bett schon sprechen, ein bisschen Licht haben wir noch. Aber, hey, wieso ist das sowieso hier so dunkel, unsere Fackel hier kaputt, wa? Haben wir Harz dabei? Nee, haben wir nicht. Gibt es das hier in der Truhe? Ja, gibt es. Dann können wir die Fackel auch anmachen. Wo ist die Fackel? So, können wir da drei reinmachen? Nee, vier sogar, okay. Dann brennt die auch etwas länger vielleicht, ne? Das war falsch. So, das ist erledigt. Feuer brennt sozusagen. Wir müssten eine Truhe noch bauen, wahrscheinlich, weil die alle voll sind, ne? Die war doch auch schon voll, die neue, ne? Ja. Dann sollten wir vielleicht noch eine Truhe bauen. War das Holz hier drin? Nee. War es da drin? Nee, natürlich ist es in der letzten Truhe. Dann nehmen wir das Holz da mal raus. Tun wir das Harz da rein, weil das hat man auch gerade verpennt, ne? Wieder reinzustecken. Vier den Hämmer. Rechts klicken und dann die Truhe, Möbel. Was fehlt denn da? Zehn Holz haben wir noch nicht genug. Äh, nee. Die Fackel wieder weg, die wollte ich gar nicht. Habe ich das Holz jetzt nicht genommen oder ist nicht genug da? Kann man die auch aus dem Holz bauen? Ja, kann man auch aus dem Holz bauen, sehr gut. Welches Holz ist also egal. War das nicht Raddrehen? Wieso kann ich die Truhe jetzt nicht bewegen? Ja, jetzt habe ich irgendwie den Fokus aus dem Spiel verloren. Das ist schon mal nicht so gut, ne? Ja, jetzt lässt es sich auch drehen. So, passt schon. Und dann noch ein bisschen nach hinten. Zack. Fertig. Tue Öffnung, dann können wir aber erstmal was reinschmeißen, ne? Knochen und Fell und Cola haben wir hier noch. Und die Disteln. Das Holz können wir da jetzt auch rein machen. Das Holz können wir da auch rein machen. Dann hier noch das Erz. Und das Erz. Schon fast voll. Die Bären. Halt, ein, HP-Tick. Halt, Kraft, ein, HP-Tick. Komm, dann lassen wir die hier. Brauchen wir nicht. So, da haben wir das. Jetzt ist aber düster. Das heißt, wir legen uns eine Runde ins Bett, pennen und danach marschieren wir los. Nochmal in düster Wald. Und jetzt müssen wir dann gucken, dass wir unsere Equipment-Sachen hier ausbauen können. Und dafür brauchen wir diese roten Steine, ne? Wird spannend. Guten Morgen. Ja, super. Es ist noch dunkel draußen, ne? Ja, jetzt müssten wir mal gerade die Karte aufrufen und gucken, dass wir da hinten zu den Dungeons kommen. Dafür müssten wir hier so lang laufen. Aber hier irgendwo waren da diese Typen da am Haus. Also laufen wir vielleicht besser da rum. Also, bedeutet, dass wir laufen da lang. Ist das da Milchwein, ne, oder? Nee. Baumstümpfe, ne? Ja. So, dann laufen wir ein bisschen schneller gerade hier durch dieses Waldstückchen. Keine Energie mehr. Haben wir jetzt hier gerade wieder ein Schwein gehört oder so? Kann das sein? Hey, ich will die Krone haben. Dann sammeln wir jetzt hier noch Löwenzahn. Einrüstung gibt es das extra. Oh, da ist das Schweinchen. Gut. Geht doch. So. Stopp. Da links ist ein Dungeon, oder? Ja, cool. Äh, irgendwo ist wer. Und schreit ziemlich laut. Okay. Ist ein neuer irgendwo her? Ich glaube nicht, das war's, oder? Was ist das Skelett, was so ein Krach gemacht hat? Ja, okay. Schauen wir mal, oder? Ein bisschen Bammel habe ich schon. Eintreten, Grabkammern. Da geht's raus, ne? Ja, ja. Zwei Skelette. Und das macht einen Krach, ey. Was ist das da? Könnte ich das aufheben? Gelber Pilz. Okay, den habe ich schon mal. Und wieder Volltür. Da ist eine Holztür, okay. Noch ein gelber Pilz. Da kann man durchgehen, ne? Warte, da ist noch ein gelber Pilz. Ich weiß nicht, wofür sie so gut sind, aber ich hab's da erst mal. Und ich sehe gerade das Schlimmste, was wieder ist. Wir haben nichts gegessen, ne? Gesunder 10, Ausdauer 30. Irgendwie hört sich das gerade spannend an. Jetzt hab ich's weggesteckt, ne? Wo sind denn jetzt die Skelette? Wo macht das einen Krach, ey? Sind sie noch da oder nicht? Äh, ich bin hier und du? Verhindern die sich gegenseitig oder was? Auf jeden Fall trefft's mich nicht. Glaube ich, oder? Es schießt ja irgendwo anders hin, aber nicht zu mir. Ich treff's jetzt aber auch nicht mehr. Doch, ich hab's getroffen. Jetzt ist nur die Frage, wenn da noch mehr sind, habe ich verloren vielleicht. Das sind auf jeden Fall Pilze. Hier ist keiner, oder? Shit, irgendwo ist noch eins. Ich seh's aber nicht. Hier war, glaube ich, der Ausgang, oder? Shit, ich muss Licht machen, das hat keinen Sinn. Hier irgendwo, hier ist zu. Hier sind wir nicht hergekommen, sonst shit. Oh man, da sind wir auch nicht hergekommen. Okay. Was ist denn mit denn hergekommen? Shit, ich weiß nicht wo der Ausgang ist. Wir haben uns verlaufen, sowas. Das sind wir, wie geht's, wie geht's? , wie geht's? Ich zer saß. Ja. Ich verlaufen. Ich weiß nicht mehr. Ich könnte jetzt was zu essen vertragen, genau, das machen wir erstmal. Welches haben wir noch, das haben wir noch, dann machen wir das. Jetzt müssen wir nur gucken, also da war zu, da ist noch eine Tür. Was ist das da auf der Erde, kann ich das aufheben? Bernsteinperle, ok, habe ich. Das kann man nicht, das ist eine Wurzel wahrscheinlich. Was sind das Geräusche? Hier ist überall zu, glaube ich. Hier ist nichts. Kann man hier eine Plankate haben? Ne, kann man nicht. War ich hier schon? Da ist eine Tür. Da ist auch eine Tür. Also hier ist schon erstmal Sackgasse. Jetzt nicht die Orientierung verloren, das ist unser größtes Problem. Das heißt, ich muss von hier gekommen sein. Ja, da ist der Ausgang. Aber hier gibt es ja auch gleich mehrere Türen. Hier gibt es noch Pilze. Und da gibt es noch eine Tür. Da klemmen wir die erst zu. Hier hört sich so an, als ob einer dahinter ist. Ist aber nicht, oder? Oder ist da noch? Da ist zwar eine Nische, aber da ist niemand. Okay, hier ist nichts. Ich weiß nicht, kann man das freischlagen? Vielleicht, oder? Hier drüben ist auf jeden Fall noch Licht. Ich glaube, da passiert auch was hinter. Okay, weitere Türen. Irgendwo muss noch einer sein, auf jeden Fall. Wieder eine Tür. Die nächste Tür, da ist nichts. Nur Pilze hier. Das hört sich immer schrecklich an hier. Okay. Vielleicht kann man sich da durchhauen. Weiß ich aber nicht. Müssen wir später mal probieren. Erstmal machen wir das, was wir hier haben. Ohne irgendwas abzubauen. So, jetzt war hier doch noch irgendwo eine Tür, oder? Hä? Hat man hier nicht noch eine Tür gerade? Wohl nicht, ne? Dann ist sie weiter vorne gewesen. Kann auch sein. Hier ist auf jeden Fall keine. Ah, hier rechts ist sie. Okay. Hier ist Ende. Hier. Ist da noch wer? Nö. Hier können wir Pilze sammeln wieder. Und was ist das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da eine Truhe. Und da ist auch das Rote, was ich brauche, ne? Wir können alles nehmen. Neues Material. Rubinen. Bernstein hatten wir, glaube ich, schon, oder? Ich glaube, diese Rubinen, das sollte jetzt reichen, oder? Oder ist das nicht das, was wir brauchen? Ne, ich glaube, das ist nicht das, was wir brauchen. Das war noch was anderes, was man da braucht. Hier war Ende, ne? Ja. Das heißt zurück. Da sind wir schon gewesen. Das heißt hier lang. Und gucken, wo hier noch eine Tür ist. Ich glaube, gegenüber war noch eine, oder? Ne, da sind wir auch schon gewesen. Ja, hier waren wir auch schon. Sag jetzt nicht, das war's. Aber ich höre noch Skelette. So ist nicht. Es muss noch Türen geben. Ich glaube. Hier zum Beispiel. Leider ist hier nur ein Pilz. Aber naja, sonst ist es auch erstmal gut, ne? Ah, da gibt es noch eine Tür. Essen ist durch, oder? Da steht noch einer. Da kommen noch ganz viele. Mal gerade so. Ja, bleib mal ruhig stehen, dann macht mir das nichts. Ein bisschen Buggy, dass ich den so abschießen kann, oder? Oh shit, wir haben keine Energie mehr. Das ist unser Problem. Okay. Gehe mal ein Stück vor. Da steht einer, den mag ich nicht. Was ist das für einer? Okay, kriege ich den auch so? Geist? Hä? 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 Okay, erledigt. Ich habe keine Fackeln mehr in so einem Shit. Ich glaube, ich kann mir auch gerade keine basteln. Kann ich die irgendwie nehmen, ne? Wie der Teufel mal so will, kann ich jetzt, habe ich bestimmt jetzt keine... Ist das eine Tür? Ne. Wie geht es da noch höher, ne? Ziemlich dunkel hier, ne? Ja, ich glaube, doch, wir haben Harz. Aber wahrscheinlich fehlt uns das Holz dafür zum Basteln, oder? Und die Werkbank fehlt uns auch. Aber eine Standholzfackel würde ich auch gar nicht haben, ne? So ein paar Sachen haben wir mehr gekriegt jetzt hier. Aber nicht das, was ich haben möchte. Und das, was ich suche, ist jetzt gerade auch nicht da, ne? Harz fehlt, alles fehlt. Ich glaube, wir müssen hier erst einen Cut machen, wenn uns irgendwie noch was fehlt. Ich sehe nichts. Es ist einfach zu dunkel, ne? Es ist einfach zu dunkel ohne Fackel. Ich brauche eine Fackel, das hat anders keinen Sinn hier jetzt gerade. Okay, ich versuche hier rauszukommen, wieder an Holz zu kommen, dass ich mich hier vor der Hütte bauen kann. Und ich brauche natürlich auch Dingens, wie heißt das? Sag schon, ich brauche auch Harz noch. Einer war zu wenig, glaube, ne? Ich bin hier weggekommen, meine ich, ne? Ja, ich muss mal gucken, dass ich hierher finde. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao!